Er ist verschwunden. Stellt die Verfolgung ein. Hier ist der Verbrecher. Stirb du, Dreckskerl. Verbrechen im Gange. Vernichten Sie den Verbrecher. Super beim, ähm, Dingensen, ähm, Zielen. Ah, ich, dieser Geldmangel hier. Äh, ein teures Vergnügen. Ja. Das wollte ich eigentlich nicht, aber auch gut. Nein, das kann ich brauchen. So, noch ein letzter Versuch mit dem Rennraumschiff und dann, ich weiß nicht, ich glaube, ich muss wieder mal Geld sammeln. Das geht mir langsam auf die Nerven. Aber, wir sind auch bald am Ende des Spiels. Ähm. Wenn wir dann wirklich hier Geld sammeln müssen, dann wird das, äh, wisst ihr was, du wirst sammeln, ein bisschen leben. Dann wird es ein, eines der letzten Mal sein, bei dem wir Geld sammeln müssen. Oh, Mist. Das hat es jetzt gebracht. So, äh, Leben sammeln, ähm. So, äh, Leben sammeln, ähm. Hier ist der Verbrecher. Oha. Naja. Lassen wir das mit dem Leben sammeln, oder soll ich eine andere Figur nehmen? Ich weiß es nicht. Nein. Mit dem was das ist wirklich gut. Der Lüge. Der Lüge. Drum, drum. Drum, drum. Drum, drum, drum. Drum, drum. Drum, drum. Der Lüge. Ja, mit dem treffen sie mich fast nicht. Er hat jetzt keins mehr. Ach, hier. Ist mir eigentlich egal. Gut wäre eigentlich, wenn lange mal der blaue Balken weggehen würde. Ey. Und ich sollte die, die, die... Ähm, sucht die... Oh, Mist, ne. Zerstört den Verbrecher. Ja, fuh. Ah, ich hab ja noch das da. Cool. Gut. Dann noch ein paar Dinge sammeln, wenn's noch hat. Geht zu euren Stellungen zurück. Wenn wir schon mal hier sind. Ähm. Hier hat's keins mehr. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Hier hat's Geld. Und ich glaub, da hat's auch keins mehr. Ich glaub, wir haben alle... Ja. Okay. Mal schau'n. Ja, gut. Ja. Gut. Ähm. Ich hoff, es klappt. Wär echt gut. Wär echt gut. Wir müssen nur da hinten hinkommen. haben wir vielleicht schon... Das da. Ähm. Ja. Gut. Schnell. Ja, schön. Schnell auf die... Nee. Ich hätt's fast hingekriegt. Oh, und dann ist das Raumschiff wohl auch futsch. Genau. So, wir haben kein Raumschiff mehr, außer die Schrottkäste. Ah, wir haben unsere Matrix wieder. Boah. 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 Aber pass auf? Wieso? Zu teuer. Zu teuer. Zu teuer. Und zu teuer. Oh, das ist auch noch recht schnell. Vielleicht hätte ich das verwenden sollen. Wenigstens greifen die uns nicht mehr an. Ähm, ähm, ähm. Und jetzt ins Pressezentrum. Puh. Danach Geld verdienen. Irgendwie. Unser eigener Körper haben wir wieder. Yeah. Boah, das war jetzt ein mühsamer Teil. Ins Pressezentrum. Ja. 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 Ich weiß nicht, was mit mir passiert ist. Ich kann mich nur daran erinnern, dass der Irrerspieler mir befohlen hat, Detritus zu zerstören. Ich war dort, konnte aber nichts dagegen tun. Er hat meinen Willen gespeuert. Mach dir keine Gedanken, mein Junge. Alles ist vorbei. Detritus. Ich denke, der Spieler ist der Verbrecher, der die Stadt und Angst und Schrecken versetzt hat. Das böse Geniers hinter den Morden schlägt. Ach so. Wenn du meinst. Ich bin der Bösewicht. Jetzt komm raus und stell dich mir von Angesicht zu Angesicht in einem alles entscheidenden Kampf. Was? Der gibt sogar noch zu. Okay. Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Ähm. Ähm. Alles entscheidenden Kampf, aber da brauche ich Geld. Äh, da brauche ich Geld. Raumschiff. Da brauche ich. Hallo. Ich sterbe für ein paar Blatt Papier. Was? Ich wollte nicht Kiechern quatschen. Ich frage mich, was eine Heftmaschine ohne ein einziges Blatt Papier macht. Ja, ich auch. Ich verbringe den Tag damit, von Schreibtisch zu Schreibtisch zu gehen. Nur für den Fall, dass ich ein paar Blatt Papier finde. Ich habe noch keins gesehen. Aber eigentlich wollte ich den da... Kann ich den Fotografen in dem Fall nicht. Ähm. Hier war doch ein... So ein... Ach ja. Hallo du. Was wollen Sie von mir? Alle Bürger müssen Schutzsteuern bezahlen. Zahl. Ich suche mir einen anderen Polizisten. Ich will dem nicht Geld zahlen. Ich will Geld von dem Kriegen. Ähm. Das ist Polizist irgendwo. Polizist. Ah. Ja. Hallo. Ja. Was wollen Sie von mir? Alle Bürger müssen Schutzsteuern. Was wollen Sie von mir? Alle Bürger müssen Schutzsteuern bezahlen. Zahl oder stirb. Das wollte ich nicht. Zeitlaufabend. Hier. Hier ist er. Polizei hierher. Ich sehe den Verbrecher. Wir haben ihn verloren. Geh zu euren Stellungen zurück. Ach gut. So. Dann jetzt irgendwie. Ähm. Hier. Dann müssen wir den heute noch ein bisschen Geld zahlen, damit wir nochmal mit denen sprengen können. Ja, super. Hey Kumpel, wer bist du? Weg hier! Weg hier. Ähm. Ähm. Zum Rennen herausfordern. Mir ist erzählt worden, dass ich dich zu einem Rennen herausfordern soll, wenn ich einfach Geld machen will. Stimmt das? Ich könnte dir jetzt leicht die Fresse einschlagen, aber mir ist es lieber, dich von meinen Rennkollegen lächerlich zu machen. Oh. Wir haben ja keine Rennen. Okay. Ähm. Wir haben ja kein Rennrahmschiff mehr. Also ich muss irgendwie an Geld kommen. Wie komme ich ein bisschen an Geld? Es gibt... Ich kenne drei Möglichkeiten. Vielleicht gibt es auch mehr. Dank, Direktor. In der Bank sammeln. Ähm. Und... Das waren doch drei. Warte mal. Ich hatte drei im Kopf. Ah. Äh. Raumschiffe sammeln und zum Schrottplatz bringen. Und... War da nicht noch was? Waren das vier? Da war doch noch was. Hm. Ich weiß nicht. Da müssen... Ach ja, Rennen, aber da... Ähm. Ja, es war ein wertes Rennen war noch und kaum raus worden. Was war das? Ach ja, das war dann in der Arena und das... Ähm. Muss ich jetzt gerade gegen den... Ding kämpfen gehen? Ja. Na super. Ähm. Versuchen wir es mal. Ähm. Ich werde keine Gnade haben. Denn du meinst. Ich werde keine Gnade haben. An PRINCatus Godfrey Valley Leute.